Fast fertig, in einer Stunde geht es los. Dann wird das Apartment abgegeben und ein paar Karten noch in den Briefkasten gesteckt und dann zum Flughafen gefahren und gewartet, bis es endlich losgeht. Heute geht es nämlich nach Australien. Da soll ganz schönes Wetter sein, aber ich komme ja erst morgen dort an. Ja, hoffen wir, dass mit dem Flug alles gut geht und die Zwischenlandung in Kuala Lumpur auch gut ist. Und wir sehen uns dann wieder in Kuala Lumpur.